Moin Leute, herzlich willkommen zum TFF Test. Heute haben wir für euch die Tristan mit 19 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer, 35 Meter Effekthöhe und einem Kaliber von 20 Millimeter. Hat 4,99 Euro gekostet, wir sind sehr gespannt drauf und ich würde sagen, wir zünden das Ding. Viel Spaß. Ja, also für 4,90 Euro auf jeden Fall ein nettes Finale. Erinnert von den Farben ein bisschen an die Arthus, aber ja, ich denke bei 4,90 Euro macht man nichts verkehrt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt uns was in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Nehmt den Tristan mit. Richtig geiler Scheiß. Es eskaliert.